Wie kommt man auf die verrückte Idee, sich in eine Badewanne voller Eiswürfe zu setzen? Ist das wirklich gesund oder möglicherweise sogar schädlich? Darüber möchte ich heute mit der Molekularbiologin Dr. Josefine Worsek sprechen. Hallo Josefine. Hallo Malte, ich freue mich heute hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch bitte einmal denjenigen, die dich noch nicht kennen, was du so machst und vor allem wie du zum Thema Kälte gekommen bist. Gerne, na klar. Also ich habe Biologie studiert und habe da auch promoviert in dem Bereich am Max-Planck-Institut und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich sehr weit weg bin vom Menschen und von dem, was ich eigentlich mal machen wollte oder wie ich mir das vorgestellt habe mit der Biologie. Also dass es darum geht, Menschen zu helfen, Gesundheit und Krankheit zu verstehen und dann auch darauf Einfluss zu nehmen. Und im Endeffekt saß ich ganz viel im Labor mit meinen Bakterien und Häfen oder vom Computer und habe Veröffentlichungen gelesen und da habe ich gemerkt, das ist es nicht. Also deshalb war es so ein bisschen gefühlt, als würde ich mein Wissen und auch meine Kapazitäten eigentlich verschwenden, auch weil ich sehr gern mit Menschen kommuniziere und sehr gern mit Menschen etwas mache. Und dann habe ich angefangen, meinen Blick so ein bisschen zu weiten und habe angefangen mit Yoga, Meditation, Atemübungen, bin auf der Reise dann ja Yoga-Lehrer geworden und Wim-Hop-Trainer. Kam dann auch so in der Reihenfolge und wie kam es dazu? Ich habe ein Video gesehen von Wim. Das war die erste Weiß-Dokumentation über Wim-Hop. Und das hat mich total inspiriert, weil ich mich gefragt habe, also zwei Sachen gefragt habe. Erstens, kann ich das vielleicht auch? Also so in kurzen Sachen die Schneekoppe hochlaufen im Schneegelstürmer. Und zweitens habe ich mich als Wissenschaftler gefragt, stimmt das alles, was Wim sagt? Und dann bin ich da tief eingetaucht in das Thema und habe dazu recherchiert und geforscht, weil das habe ich ja gelernt in meiner Ausbildung. Und war dann eigentlich begeistert, dass es da Forschung gibt, die auch zeigt, hey ja, die Wim-Hop-Methode, also Kälte, Atmung, das richtige Mindset, das macht was mit uns und zwar auf einer signifikanten Ebene. Und zwar nicht nur mit Wim Hof persönlich, also dem Erfinder der Methode, sondern auch mit Menschen, denen er die Methode beigebracht hat. Und dann habe ich eine wissenschaftliche Studie zur Wim-Hop-Methode betreut, weil die Firma, an der ich damals gearbeitet habe, das Biotech-Unternehmen, wir haben eine Kooperation begonnen mit den Forschern in den Niederlanden, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Wim-Hop-Methode besser zu verstehen. Und so habe ich Wim kennengelernt und bin dann auch Trainer der Wim-Hop-Methode geworden. Und zwar die erste Frau in Deutschland, die die Wim-Hop-Methode unterrichtet. Okay, cool. Und wie lange ist das jetzt her? Das war 2017. Also es sind jetzt sieben Jahre Wim-Hop-Methode für mich und auch meinen Partner Dauer. Also wir haben uns auch darüber kennengelernt. Okay, ja schön. Also schon einige Eisbäder hinter dir. Ja, unglaublich viele, ja. Alles klar. Ja, vielleicht können wir einmal zum Thema Kälte kommen. Also was macht die Kälte mit uns? Also wenn wir jetzt Kälte, also wir können ja mal beim Eisbad bleiben. Wir kommen gleich noch zu den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Kälte. Aber wenn wir jetzt mal das Eisbad nehmen, also was macht das mit dem Körper, wenn man da sich in eiskaltes Wasser setzt? Also der Körper reagiert natürlich auf diesen extremen Reiz. Und es wird zum Beispiel Noradrenalin ausgeschüttet. Das ist ein Hormon, was unglaublich viele Sachen kann. Es ist zum Beispiel ein Entzündungshemmer, Noradrenalin. Noradrenalin macht auch Waffe, also beeinflusst unseren zirkadianen Rhythmus. Und wenn das Noradrenalin nach oben geht, dann fühlen wir uns wach und fokussiert. Und Noradrenalin ist auch ein Hormon, was uns glücklich ist, was die Stimmung hebt. Und zu guter Letzt, das ist auch der Grund, warum Noradrenalin immer wieder ausgeschüttet wird, wenn wir in die Kälte gehen, ist, dass Noradrenalin die braunen Fettzellen aktiviert. Und die braunen Fettzellen sind, die sitzen so hier oben im Schulternackenbereich. Wenn die aktiviert sind, dann produzieren die ganz viel Wärme. Die lassen praktisch Kalorien in Wärme verpuppen. Und das macht Noradrenalin auch und bewirkt damit natürlich auch eine Erhöhung des Stoffwechsels. Okay, interessant. Das heißt, durch die Kälte wird der Körper sozusagen indirekt dann warm, wenn man so will. Also durch regelmäßige Kälteexposition. Auch, das ist nochmal ein anderer Mechanismus. Aber erstmal, wenn man direkt in dem Moment, wenn man in Temperaturen unter 18 Grad ist, also auch Lufttemperatur unter 18 Grad, merkt der Körper sozusagen, ja, also das ist kalt. Dann wird Noradrenalin ausgeschüttet. Und durch diese Noradrenalinausschüttung werden die braunen Fettzellen aktiviert, die hier in dem Bereich sitzen, also Schulternacken, und produzieren dann Wärme. Das heißt, eigentlich stellen ja eigentlich so kleine Energieeinheiten her aus unserer Nahrung. So ATP, Adinitrisphosphat. Und die Mitochondrien hier oben im braunen Fettgewebe, die können was ganz Besonderes, die können wirklich direkt aus der Nahrung oder Nahrungsmittel, Kalorien, also den kleinen, klein zerhäckselte Nahrung, also ganz klein, molekular klein zerlegt, kann die praktisch, können die Wärme herstellen. Und ja, deshalb ist es auch so wichtig, dass Noradrenalin auch beim zehntausendsten Eisbad noch ausgeschüttet wird, weil das ein Weg ist, um wieder warm zu werden oder warm zu bleiben. Okay, ja, spannend. Ansonsten, wenn man das dann regelmäßig macht, das Eisbad, dann kann man das Immunsystem und so weiter unterstützen. Ich habe hier dein Buch vorliegen. Ja, super. Das verlinke ich auch noch mal unter dem Video. Also da sprichst du ja von verschiedenen Vorteilen, also Immunsystem, Psyche, Stress und so weiter. Vielleicht magst du da noch mal was zu sagen, was da so die wesentlichen Vorteile sind, warum man das überhaupt machen sollte. Na gerne. Also klar, es gibt einmal die körperlichen Gründe, warum Eisbaden gut ist, aber es gibt auch mentale Gründe, weil wenn die meisten Menschen, wenn die an das Eisbaden denken, dann gehen direkt so die Schultern nach oben und man sucht so nach Ausreden, warum ich das jetzt gerade nicht tun kann. Und es ist ein schönes Training, einfach aus seiner Komfortzone herauszutreten. Und das ist was sehr Förderliches. Also jeder Mensch, das ist glaube ich sehr normal, hat die Reaktion so, uh, Kälte. Das ist mir vielleicht so ein bisschen eine ablehnende Haltung. Das ist so das, was ich von den Menschen kenne. Das ändert sich gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also wir haben ja gerade gesagt, so ja 2017 bis jetzt 2024, 2024, da ist ja wirklich viel passiert. Und jetzt wird Kälte auch so ein bisschen mehr so was, wie Leute sagen, oh wow, du gehst Eisbaden, cool, da kann ich mal mitkommen. Und früher war das mehr so, was machst du? Du wirst doch krank. Ja, pass auf. Und da merke ich, dass so ganz viel passiert. Und trotzdem, das erste Mal ist es für die meisten Menschen wirklich auch eine Überwindung. und dann ist man danach unglaublich stolz und hat so ein inneres Wachstum auch, so ein Gefühl von Selbstvertrauen und auch so, wow, ich kann das, also mein Körper kann das. Und man lernt praktisch was Neues über sich selbst, dass man was kann, was man gedacht hat. Ja, glaube ich. Was man nicht kann. Ja, also Endorphine werden ausgeschüttet, man kommt sozusagen glücklich und stolz aus dem Wasser raus. Und das Ganze soll auch gegen Depressionen helfen? Ja, auf zwei, man kann sich das so ein bisschen erklären, auf eigentlich sogar drei verschiedenen Ebenen, wenn ich genau darüber nachdenke. Einmal ist Kälte entzündungshemmend und Depressionen hat oft auch ein erhöhtes Entzündungs-, also erhöhte Entzündungswerte spielen da auch immer eine Rolle. Das heißt, wenn ich die Entzündung senke, da gibt es auch Studien zu Menschen, die Entzündungen durch Entzündungshemma senken, werden auch die Symptome der Depression weniger. Das wäre so der Einweg. Und da sind dann wieder auch Hormone wie Noadrenalin mit dabei. Dann hat man natürlich den Effekt über den Vagusnerv, gerade wenn man das Gesicht mit der Kälte aussetzt, ganz besonders hier so den Bereich um den Mund und Nase herum. Und der Vagusnerv ist sozusagen der, der uns auch wieder in den Ruhemodus, in den Entspannungsmodus bringt. Und das ist ja das, was in Disbalance ist, bei Depressionen jedenfalls ganz oft, dass da auch die HPA-Achse, also das ganze Stressverarbeitungssystem nicht mehr richtig läuft. Und von daher profitieren die Menschen davon, ein bisschen in diesen Ruhemodus reinzukommen und das auch zu lernen, wieder dieses Umschalten von, ich bin hier oben und ich bin aktiviert und ich bin im Tun und ich bin entspannt, weil ich sitze zu Hause auf der Couch, meine Arbeit ist getan, die Kinder liegen im Bett und ich kann jetzt eigentlich entspannen. Und das wieder zu lernen, kann man üben, indem man ja auch Eisbäder nimmt. Das wäre so die dritte Komponente. Aber auch schon, wenn man nur das Gesicht mit Kälte, so einen Eiswürfel oder so einen kleinen Kühlpack, das man vielleicht vom Zahnarzt hat, nur das Gesicht mit Kälte behandelt, dann würde man den Vagusnerv aktivieren und das ist auch nervförderlich. Also auf diesen drei Ebenen kann ich das sehen. Also einmal Entzündungshemmung, zum Beispiel über Neuadrenalin, dann Vagusnervaktivierung, gerade wenn ich das Gesicht mitmache. Und das dritte halt wirklich einfach wieder, ja, die kalte Dusche oder kaltes Eisbad ist wirklich ein mentales Training, auch unter Stress zu entspannen. Ja, so ein Trainingspartner. Und wenn man das übt, dann gefallen einem viele Sachen leichter. Okay. Und auch ein super Mittel zur Stressreduktion. Das heißt, wenn man irgendwie gestresst ist, was ja heutzutage leider viel zu viele Menschen sind, ist das ein schöner Gegenpol? Mhm. Okay. Wie sieht es mit dem Schlaf aus? Auch der wird in deinem Buch thematisiert. Das ist ja ein ganz wichtiges Gesundheitsthema, Schlaf. Ja, ich denke, oft ist man zu aktiviert, um gut eins schlafen zu können, sodass man einfach sehr aktiv ist. Und Kälte, Eisbad, man merkt danach auch so eine schöne, ja, also nach so einem intensiven Eisbad, also wenn wir Eisbaden gehen, man kann unglaublich gut danach auch einschlafen. Also nicht direkt danach, aber wenn man so morgens oder im Tagesverlauf ein Eisbad genommen hat und ja, auch draußen war, sich draußen bewegt hat, vielleicht sogar im See oder in einem Fluss ein Eisbad genommen hat, dann kann man viel besser, viel besser einschlafen. Und man hilft sozusagen dem Körper so ein bisschen mit dem Nordadrenalin auf die Sprünge, ja, also morgens, indem man das Nordadrenalin nach oben bringt und dann wach wird und dann ist man abends auch ein bisschen erschöpft durch die Aktivitäten des Tages. So ein bisschen wie beim Sport machen, so kann man das vergleichen, ja. Wenn man sich gut bewegt hat, dann ist man ja am Abend auch ein bisschen müder und kann ein bisschen besser schlafen. Ja, was ich auch ganz spannend finde, der bewusste Einfluss auf das autonome Nervensystem, den du auch in deinem Buch sozusagen thematisierst. Vielleicht magst du da nochmal zwei, drei Sätze kurz erklären, was das autonome Nervensystem überhaupt ist und wie da sozusagen die Einflussmöglichkeiten sind, wo man ja eigentlich lange Zeit geglaubt hat, dass man gar keine bewussten Möglichkeiten hat, das zu verändern. Na klar, gerne. Also das autonome Nervensystem besteht eigentlich aus zwei Teilen oder die werden auch oft Gegenspieler genannt. Man hat einmal den Sympathikus, das ist so ein bisschen der, ja, auf der Fernbedienung der Aktivitätsknopf. Jetzt geht's los, jetzt werden Sachen erledigt. Und dann haben wir den Parasympathikus, das ist der Entspannungsmodus, das ist so, ach, jetzt ausruhen, schlafen, verdauen, regenerieren, erholen. Und wir brauchen beides in unserem Körper und zwar genau im richtigen Gleichgewicht beziehungsweise ansprechbar, situationsgerecht. Das heißt, wir rennen nach dem Bus, ja, Sympathikus an. Wir müssen schnell schalten, weil wir eine Aufgabe im Job bekommen haben, die wir lösen müssen. Sympathikus an, wir schalten. Und genauso wichtig ist aber auch dieses, oh, ja, Aufgaben sind getan, Essen ist zubereitet oder vielleicht sogar schon gegessen. Jetzt kann ich entspannen, jetzt kann auch der Parasympathikus sozusagen hochfahren, und ich kann in den Entspannungsmodus gehen. Und ganz oft in unserer heutigen Zeit nimmt der Sympathikus ein bisschen zu, also, na, ist so. Ja, und das führt dann dazu, dass die Menschen auch sehr, ja, dauerhaft angespannt sind und auch sehr viel in einer höheren Atemfrequenz atmen und der Körper halt nicht mehr erholen kann. Also hier unten der Parasympathikus, das geht halt nach unten und das führt dann dazu, dass man halt Schlafprobleme hat, Verdauungsprobleme hat, zu tun hat auch mit chronischen Entzündungen, weil der Körper praktisch nicht mehr erholen kann, nicht mehr regenerieren kann. Das heißt, wir brauchen beides im Gleichgewicht. Und was hat das Eisbaden jetzt damit zu tun? Wenn wir zunächst ein Eisbad nehmen, dann bekommt der Körper einen ganz starken Reiz in Richtung Flucht reagieren, also Aktivität geht nach oben her. Wir haben den Sympathikus an, dieses so, ich muss jetzt was tun, was machen. Und man kann aber lernen, durch seine Atmung und auch einfach mit der Übung und mit der Betreuung zu sagen, ich entspanne jetzt hier, obwohl es draußen um mich herum kalt ist, obwohl ich die Kälte spüre auf der Haut, vielleicht sogar einen Zwiebeln oder einen Stechen oder einen Brennen und ich entspanne und ich lasse da los. Und dann kommt man rein in den Parasympathikus und man übt praktisch diesen Wechsel zwischen an und aus. und kann da wieder also diesen Wechsel auch üben. Und das ist was, was der Körper auch mitnehmen kann. Und was man auch weiß, also auf Zell-Ebene, dass also Kälte ist ein Stress und man spricht da ganz gern von so einem chromatischen Stressor oder chromatic Stressor. Der Körper reagiert da drauf mit Anpassung, also dass er die Anpassungssysteme und Stressreduktionsmechanismen praktisch hochwert. Das heißt, ich habe einen Reis, das Eisbad, und mein Körper reagiert da drauf und sagt so, oh, wir machen jetzt so wie der Muskel, der wächst, ja, um besser mit Stress umzugehen oder besser mit dem Gewicht umzugehen. wachsen unsere Stressverarbeitungsmechanismen und das überträgt sich auch in den Alltag, ja. Und auch auf andere Stressoren und das ist einmal, ja, das Mentale, aber wirklich auch auf zellulärer Ebene, dass man sagt, oxidativer Stress wird zum Beispiel, da werden die Abwehrmechanismen auch nach oben gefahren und das kann man sehen. Okay, ja, super. Kommen wir noch mal kurz zum Immunsystem zurück. Also durch regelmäßige Kälteanwendungen kann man sozusagen sein Immunsystem stärken beziehungsweise trainieren. Viele sind ja eher so, das kann ich auch gut nachvollziehen, also von wegen, wenn man jetzt, also mir läuft zum Beispiel jetzt gerade ein bisschen die Nase, ist jetzt Erkältungszeit sozusagen. Wenn ich jetzt irgendwie anfange, kalt zu duschen, dann hätte ich halt Sorge, dass ich mich erkälte. Wobei natürlich die Erkältung nicht primär mit der Kälte, sondern mit irgendwelchen Viren zusammenhängt, aber die Kälte kann das natürlich in dem Moment begünstigen. Wie sind da die Zusammenhänge? Beziehungsweise wie würde man da, also man würde ja wahrscheinlich jetzt nicht rausgehen und sich sofort ins Eiswasser setzen, sondern erstmal den Körper dran gewöhnen, oder? Wie ist da der Ablauf? Auf jeden Fall, das empfehle ich auch aus Sicherheitsgründen. Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigen, also beschäftigt und sagt so, hey, ich möchte das jetzt machen, weil ich habe gehört, oh, es gibt gute mentale Gründe, das zu tun und körperliche Gründe, das zu tun, dann muss man erstmal so sich selbst fragen, bin ich denn gesund? Ja, also kann ich das gefahrlos, gefahrlos machen und Kontraindikationen für Kälteanwendungen ausschließen, wie zum Beispiel hohen Blutdruck oder gerade eine akute Erkrankung, also wenn ich zum Beispiel Fieber habe oder eine andere akute Erkrankung, wo ich denke, oh, ich möchte mich eigentlich gerade nur verklichen und im Bett liegen, dann ist es also nicht der richtige Moment zu Beginn, obwohl man vielleicht den Grund gefunden hat, dann ist es noch nicht der Moment, sondern erstmal den Arzt konsultieren beziehungsweise warten, bis man wieder gesund ist und dann langsam anfangen, das heißt am besten mit einer kalten Dusche oder mit kalten Bädern, das ist der beste Einstieg und sich da auch langsam steigern, das heißt erstmal gucken, dass ich eine kalte Dusche gut hinbekomme, wenn das gut klappt, dann einfach in der Badewanne zu Hause mal kaltes Wasser reinlaufen lassen, meistens ist es meistens irgendwie 13, 14 Grad kalt oder warm mehr und mal so ein kaltes Bad nehmen und dann praktisch entweder Eiswürfel reintun und die Temperatur langsam senken oder halt im Herbst jetzt auch die fallenden Temperaturen nutzen, sodass man sagt, der Körper und auch Geist können sich vorbereiten und können den Jahreszeitenwechsel praktisch nutzen, um sich Stück für Stück und Woche für Woche anzupassen an die fallenden Temperaturen, das würde ich empfehlen und dann auch nicht übertreiben, weil das ist das, wo die meisten Menschen dann doch vielleicht auch krank werden, das ist so wie zu viel Sport machen, also ich rede jetzt zum Beispiel Marathon oder eine ganz intensive Kraftsport-Einheit, da hat man festgestellt, es gibt diesen Open-Window-Effekt, das heißt, das Fenster ist auf für Krankheitserreger, das heißt, der Körper hat all seine Energie verwendet für die Sporteinheit oder für die Kälteeinheit und hat weniger Energie für die Abwehrmechanismen zur Verfügung, das heißt, das Fenster ist auf, Open-Window-Effekt und man kann schneller krank werden. Das passiert insbesondere, wenn dieser Reiz zu intensiv war, also zu viel war für den Körper und dann steht das Fenster besonders weit offen, ja, und auch bei nur kleinen Sporteinheiten oder kleinen Eisbahdeinheiten weiß man, das Fenster ist dann immer so ein bisschen auf Kipp für den Moment, ja, und das trotzdem weiß man, Sport machen ist gesund, weil, halte ich auch hier wieder, das ist dieser kleine Stressreiz, der zur Anpassung führt, und man darf halt nicht, ja, ungeübt sagen, ach, ich habe jetzt einen Vortrag gehört, so einen Podcast gehört, ich gehe heute ohne Jacke auf den Weihnachtsmarkt für drei Stunden, das ist halt eher kein förderlicher Reiz, sondern meistens zu viel und dann kann man sich wirklich eher kälten, ja, indem sozusagen der Körper seine ganze Energie verpufft für die Warmhaltung und dann fängt man sich einen Keim ein und wird halt durch diesen Keim, Virus oder Bakterium, krank und ansonsten, wenn man es richtig macht und eine gute Dosis für Anfänger sind so, gerne täglich kalt duschen, das ist gar kein Problem, aber beim Eisbaden so zweimal die Woche für zwei Minuten, das ist ein guter Reiz für Anfänger, eine gute Dosis für Anfänger und wenn man dann merkt, ich kann auch mehr, ja, dann kann man auch öfter die Woche Eisbaden gehen, also viele von meinen Biohacker-Freunden und Bekannten, die gehen auch wesentlich öfter, aber für Anfänger empfehle ich erstmal eine Dosis von zweimal die Woche, zwei Minuten und gerne immer zu zweit, also mit einer Begleitperson für die Sicherheit. Und vielleicht tatsächlich einfach jemand, der sich damit auskennt, also ein Trainer, eine Trainerin wie dich, die einen da ran führt, wenn man jetzt tatsächlich so jemand nicht zur Seite hat und das gerne mal ausprobieren möchte, wie ist da jetzt der praktische Ablauf, also ich gehe sozusagen ans Wasser, muss man sich dann erstmal die Hände und den Nacken und so weiter ein, also so abkühlen praktisch oder lässt man sich einfach langsam ins Wasser rein? Genau, also ich würde wirklich immer am Anfang jemanden mitnehmen, selbst wenn derjenige auch nur seine ersten 20, 30 Eisbäder genommen hat, dann kann man ja trotzdem als absoluter Anfänger davon profitieren, auch wenn es jetzt noch kein Vollprofi ist, aber bitte jemanden mitnehmen. Das Wichtigste ist, dass man vorab entspannt ist, das heißt, man kann da gerne einen Weg wählen, der einen selbst aus persönlicher Erfahrung in der Entspannung bringt. Für manche Menschen ist das eine Meditation oder eine Atembeobachtung, für andere ist das vielleicht Reiki oder eine Übung aus dem Tai-Chi, also ihr könnt da wirklich, was auch immer euch hilft, entspannt zu werden, euch zu fokussieren, macht das, nehmt euch da so, wenn ihr vorm Wasser sitzt, ja, fünf Minuten für Zeit, macht euer Ding, um euch zu fokussieren und dann setzt eure Intention, also werdet euch nochmal darüber klar, warum will ich das dann jetzt hier eigentlich machen. Dann, ja, Sachen ausziehen, gerne alles so wieder so hinlegen, dass man gut wieder reinschlüpfen kann, sozusagen alles wieder richtig rumdrehen, ja, und in der Reihenfolge aufschichten, wie man es nachher wieder anziehen möchte, Handtuch gerne schon bereitlegen, weil manchmal kommt man mit so kalten Fingern gar nicht so gut mehr ran an die Sachen, die im Rucksack drin sind, wie zum Beispiel das Handtuch, also gerne schon bereitlegen und dann langsam reinlaufen, also wichtig ist hier nicht, also am Anfang, ja, später kann man da vielleicht auch noch drüber reden, aber gerade am Anfang nicht reinrennen, sondern langsam reinlaufen, nicht reinspringen, also nicht den Kopf unter Wasser bringen, sondern erstmal so bis zur Hüfthöhe reinlaufen ins kalte Wasser und dann ganz bewusst mit der Ausatmung nach unten ins Wasser rein sinken und da kann man auch eine schön, das kann man ein bisschen üben, so am, ja, vorab auch, dass man mal übt mit der Einatmung so festmachen und dann mit der Ausatmung locker lassen, also so einen kleinen Seufzer, das benutzen wir ganz, ganz viel in unseren Workshops als Weg zur Entspannung und auch das kann man im Wasser machen, also immer wieder Schultern sinken lassen und dann umschalten auf eine Nasenatmung, die tief in den Bauch geht, damit signalisiert man dem Körper, hey, es ist alles in Ordnung, auch wenn es hier gerade verdammt kalt ist, es ist alles in Ordnung, man aktiviert sozusagen ja, den Entspannungsmodus mit der Fernbedienung und das hilft dem Körper, um, ja, loszulassen und auch reinzukommen, indem man ganz bewusst den Atem reguliert. Okay, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, wir waren im Sommer in Schweden und haben in der Ostsee gebadet, also im Sommer wohlgemerkt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad es waren, aber es war teilweise echt frisch und da waren dann immer, also morgens so eine Gruppe von älteren Schwedinnen, die sind dann so die Badeleiter runtergeklettert, haben sich ins Wasser reingelassen, mit einem Lächeln im Gesicht und das hat uns so beeindruckt und das haben wir uns dann abgeguckt, also ich bin normalerweise echt, also die extreme Sissi immer gewesen, wenn es darum geht, ins Wasser zu gehen, also richtig angestellt und das war jetzt mein erster Schritt sozusagen, aber ich stelle mir vor, wenn das um diese Jahreszeit, ja, das wäre schon auf jeden Fall nochmal eine andere Herausforderung. Ja, also dieses so langsam anfangen ist wirklich der Schlüssel, dann gute Begleitung, die Betreuung, so ein bisschen auch so die Unterstützung der Community nutzen und in ganz vielen Städten gibt es ja jetzt durch den Hype auch um die Kälte, gibt es auch Gruppen, da muss man mal ein bisschen recherchieren, ein bisschen gucken, ganz viele WhatsApp-Signal, Facebook, irgendwas Gruppen, meistens findet man was, ja. Okay, gut, also aber tendenziell erst mal zu Hause unter der Dusche die ersten Erfahrungen machen, sich erst mal rantasten, da muss man ja auch nicht gleich den ganzen Körper, sondern kann ja erst mal mit den Armen und Beinen anfangen beispielsweise und das dann so langsam aufbauen. Dann das Eisbad in der Badewanne, also einfach nur mit kaltem Wasser und dann als Steigerung vielleicht nochmal ein paar Eiswürfe dazu, also dass man es so Schritt für Schritt aufbaut und dann irgendwann, wenn man sich bereit fühlt, sozusagen raus in die Natur gehen. Das wäre so ein Aufbau, ne? Genau. Auf jeden Fall, ja. Super. Jetzt gibt es ja heutzutage Du meintest es ja gerade schon, also Kälte ist ja so eine Art Hype auch geworden. Es gibt ja verschiedene andere Kälteanwendungen, also Kryosauner und Kältekammern und so weiter. Vielleicht magst du da nochmal kurz so die bekanntesten oder verbreitetsten Varianten vorstellen und da einfach nochmal was zu sagen. Na klar, das kann ich gerne machen. Also es gibt ja Kryosauner und Kältekammern, das sind so die, mit die zwei großen und die unterscheiden sich doch sehr stark, sodass jeder, der jetzt hier zuhört, ich würde immer eine Kältekammer empfehlen, weil die Kältekammer ist so ein bisschen wie eine kalte Sauna, eine sehr eiskalte Sauna. Das heißt, man kann da reingehen und die Tür zumachen. Das heißt, das Gesicht bekommt mit Kälteexposition ab und das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich, oder einer der zwei Hauptgründe, warum ich sage, Kältekammer ist wesentlich besser als Kryosauner, weil Kryosauner, da wird flüssiger Stickstoff verdampft und da darf man, also, sieht man nicht drin, weil es wäre nicht gut. Das heißt, der Kopf guckt raus und dann bekommt das Gesicht keine Kälteexposition ab und die Temperaturverteilung in so einer Kryosauner ist auch nicht ganz so gut und stabil wie in der Kältekammer. Das heißt, Kältekammer ist ein bisschen mehr Prinzip Kühlschrank, es herrscht überall relativ stabil die gleiche Temperatur bei der Kryosauner, obwohl es da bestimmt auch inzwischen schon Verbesserungen gibt, aber bei der Kryosauner ist das schwieriger zu machen, weil es halt durch die Verdampfung vom Stickstoff gekühlt wird und da teilweise gar nicht so tiefe Temperaturen wie angepriesen zum Arbeiten kommen. Von daher gerne in die Kältekammer gehen und da bleibt man dann so bei minus 110 Grad so für drei Minuten drin. Das ist sehr gut erforscht, die Kältekammer in ihrer Effektivität, gerade auf entzündungshemmendem Niveau. Da gibt es schon seit den 70er Jahren Studien zu. Also es sind dann oft ältere Menschen mit rheumatischen Beschwerden zum Beispiel, die profitieren sehr von so einer Kältekammerbehandlung, weil es ein bisschen mit weniger Aufwand verbunden ist. Also man muss sich nicht ausziehen, man muss sich nicht den Baleanzug anziehen, man muss nicht irgendwie unwegsam vielleicht in einen See reinlaufen, wieder rauskommen, sich abtrocknen, wieder ausziehen, wieder anziehen. Das ist für uns junge Menschen, die wir sehr mobil sind, zum Glück alles sehr einfach, aber für viele ältere Menschen nicht mehr und die profitieren wirklich von Kältekammern und das gibt es relativ viel jetzt auch in Kurzentren tatsächlich für Menschen, die sich halt vielleicht auch teilweise durch ihre Erkrankungen nicht mehr gut bewegen können. Okay. Und dann gibt es ja noch so lokale Wärme, ich sage schon Wärme-Kälte-Applikationen, also irgendwie so eine Teile, die man sich über die Gelenke rüberzieht, so eine Art Bandagen und so weiter. Was hat das für einen Hintergrund? Ja, also gerade wenn man wenn man sich verletzt, ist Kälte super. Gerne in Kombination mit der Pechregel, also Pech steht für zuerst eine Pause machen, dann also Eis, also wenn man das kühlt, dann C ist die Kompression, dass da irgendwie noch Druck drauf geht, also Kälte am besten zusammen mit einem Druckverband oder auch mit solchen tollen Kompressen, die es inzwischen sogar gibt, wo man dann Wasserdruck oder Luftdruck auch mit Kälte kombiniert, um Druck aufzubauen, um die Ödem-Bildung zu verhindern und H wie hochlagern, das heißt, dass man halt das Bein, wenn man sich wehgetan hat, hochlagert, hat auch wieder den Vorteil, dass da nicht so das Blut versackt und die Ödöme bilden können und das ist sehr, also in der Kombination mit Kompression ist Kälte da super gut und auf jeden Fall zu empfehlen und es gibt auch so andere Sachen wie zum Beispiel lokale Kryotherapie, wo nur so ein ganz kleines bisschen kalte Luft auf bestimmte Gelenke gerichtet wird, das ist nicht ganz so gut erforscht. Ich würde also, wenn man die Wahl hat, immer eher zur Kälte Hammer tendieren. Genauso gibt es Kälteanwendungen fürs Gesicht mit dem Versprechen, Falten zu reduzieren beziehungsweise für den Bauch, das sind dann so wie so Metall Platten auch, aber natürlich gepuffert, damit das Metall nicht direkt an der Haut festklebt und andersrum. Aber da ist die Studienlage und auch die Effekte ist nicht ganz so gesichert. Also da würde ich wirklich sehr überlegen, ob ich, also anders, ich brauche da nicht mehr zu überlegen, ich würde da nicht mein Geld rein investieren, sagen wir das so. Ich nicht, ja. Und wenn ich jemand anders wäre und mir das Feld erschließen würde, dann würde ich da sehr genau recherchieren und mal gucken, was da publiziert ist und was nicht publiziert ist. Ja. Okay. Nochmal ganz kurz zurück zu Sportverletzungen beziehungsweise zur Pechregel. Also die habe ich natürlich auch gelernt und also bei akuten Sportverletzungen ist natürlich das Beste, was man machen kann, ist so schnell wie möglich halt diese Regel anwenden. Wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, da frage ich mich jetzt halt, also wenn man praktisch jetzt auch einige Tage oder Wochen später sozusagen immer noch Eis oder Kälte anwendet, es kommt ja sozusagen zu der sogenannten Vasokonstriktion, also das heißt, die Gefäße werden ja durch die Kälte verengt, was ja in dem Moment direkt nach der Verletzung gut ist, weil wir sozusagen da verhindern, dass sozusagen Schwellung entsteht überhaupt erst. Wie ist das ja im sozusagen im Heilungsverlauf? Bringt uns das voran, wenn sozusagen die Durchblutung unterbunden wird, also die wird ja nicht komplett unterbunden, aber sozusagen erstmal gehemmt wird? Ich glaube schon, weil das einen Reiz darstellt, also einen Reiz, der dann auch wieder lokal, ja irgendwann gehen ja auch die Blutgefäße, du hast es gerade schön gesagt, es zieht sich zusammen, es wird klein, war so Konstriktion, aber irgendwann gehen sie ja auch wieder auf und dann hat man wieder ein Mehr an Durchblutung und kann mir dann auch vorstellen, dass da wie bei einer Massage, ja, oder dass da wieder Dinge in Bewegung gebracht werden, also das macht in meinen Augen schon auch Sinn, das zu benutzen, ja. Aber dann würde man das halt also kurzzeitmäßig machen, also dass man immer mal wieder so einen Kältereiz setzt und dann nicht dauerhaft für ein paar Minuten sozusagen, ja genau, ja. Also jetzt nicht, ich glaube, ich müsste auch noch mal reingucken, aber ich glaube, man muss halt auch auf, also man soll jetzt nicht seinen verletzten Knöchel für acht Stunden in der Kälte lassen, bitte nicht, sondern auch hier wieder immer kleine Reize setzen und ich denke, da gibt es je nachdem, was man sich, was man da hat, also was für eine Kompressionskälte System das ist, da gibt es auch verschiedene Empfehlungen sozusagen, teilweise von den Herstellern dafür, wie lange man das machen soll, ja. Und wenn man zu Hause so eine eigene kleine, ja, aus dem Tiefkühlschrank so ein Kühli nimmt, dann immer irgendwie was dazwischen haben, also zwischen Kälte und Haut, damit die Haut nicht so beansprucht wird oder auch tatsächlich verbrennt durch die Kälte und dann irgendwie nach 10, 15 Minuten wieder warm werden lassen und dann das nächste Kühli wieder nach einer halben Stunde drauf tun, dass jetzt zwischendurch auch ein bisschen Zeit wieder da ist, um warm zu werden, damit man diesen Effekt hat von zu und auf, zu und auf, dass das in Bewegung kommt, ja. Okay. Wie sieht es aus mit Regeneration nach dem Sport? Das fand ich auch ganz spannend. 2014 war es, glaube ich, die Weltmeisterschaft als Per Mertesacker sozusagen nach dieser Verlängerung meinte er dann erstmal in die Eistonne. Das war so ein ganz berühmtes Zitat von ihm, also ein ganz anstrengendes Spiel und dann wollte er sozusagen nichts mehr als in die Eistonne. Da dachte ich, Eistonne? Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte jetzt gedacht so als Laie damals noch, dass vielleicht Sauna besser gewesen wäre, einfach um die Muskeln zu entspannen oder sowas. Aber auch da hat sich Eis bewährt, also zur Regeneration nach dem Sport. Ja, also total. Da gibt es inzwischen wirklich auch viel Studienmaterial, auch Metastudien, die all diese Studien miteinander vergleichen, weil das ist ein bisschen das große Problem. Es gibt relativ viele kleine Studien, die mit unterschiedlichen Methoden, also unterschiedlichen Kältemethoden arbeiten. Das heißt, unterschiedliche Wassertemperatur, unterschiedliche Länge der Anwendung oder unterschiedliche Methoden, das heißt Kältekammer oder Wasser oder lokale Kryotherapie. Und was man aber generell sagen kann, Kälte ist halt entzündungshemmend und die Entzündungshemmung ist halt im Sinne des Regenerationsgedanken. und das Zweite ist dadurch, also gerade wenn wir ein kaltes Wasser nehmen, dann hat man noch so ein bisschen den Kompressionseffekt, also wie so ein Stützstrumpf, und da sieht man eigentlich, dass so gerade diese Eisbäder im Bereich von 10 bis 15 Grad Celsius für 10 bis 15 Minuten sind die die aktuelle Empfehlung nach dem Sport. Also es muss gar nicht dieses typische Eisbad aus den sozialen Medien sein mit Eiswürfeln oben drauf, sondern eher ein bisschen länger und dann können die Temperaturen auch ein bisschen höher sein, weil ansonsten 15 Minuten bei Temperaturen unter 5 Grad, das ist auch nicht zu empfehlen. Also gerade nicht anfingern. Es gibt natürlich Menschen, die das machen, aber andere Menschen. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob sozusagen je kälter, desto besser, aber das hast du ja jetzt im Prinzip schon beantwortet, also es muss nicht immer, ich meine, es hat natürlich total Stil, wenn man sich sein Loch ins Eis bohrt und da sozusagen in den eiskalten See in Schweden steigt, aber im Prinzip reicht auch die kalte Badewanne ohne vier Eiswürfel. Für die Effekte, auf die Regeneration, ja, und da geht es insbesondere um, sie untersuchen ja, in den Studien brauchen ja immer Messparameter und dann werden unterschiedliche Messparameter genommen und gerade im Bereich, ja, Muscle Soreness, also oder Delayed Onset Muscle Soreness, wird das immer genannt, D-O-M-S, da sieht man wirklich richtig positiven Effekt von Kaltwasser Anwendung und dann gerne diese 10 bis 15 Minuten bei Wassertemperatur 10 bis 15 Grad. Okay, aber die anderen Effekte, die wir vorhin angesprochen haben, also Immunsystem beziehungsweise auch so die psychischen Effekte, da ist kälteres Wasser besser, also kurz in wirklich richtig kaltes Wasser, kann man das sagen? Es wurde halt noch nie, es gibt leider keine Studie, wo innerhalb von einer Studie, was immer das in meinen Augen jetzt, oder nicht nur in meinen, ich glaube, das ist generell für die Wissenschaft wäre das schon schön, dass in einer Studie die gleichen Parameter gemessen werden mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden, das gibt es aber nicht. Also so eine vergleichende Studie von, ich vergleiche jetzt mal ich habe mir hier mein Parameterset genommen, so wie zum Beispiel Muskelkater oder Muskelkraft oder Muskelschnellkraft und vielleicht auch noch so Parameter im Blut, Entzündungswerte und ich habe hier mein festes Set an Parametern, die messe ich und eine Gruppe geht für drei Minuten in die minus 110 Grad Kältekammer, die nächste Gruppe macht drei Minuten Kryosauna bei auch ja irgendwie vielleicht den angepriesenen minus 196 Grad Celsius, die übrigens nie erreicht werden und die nächste Gruppe macht zehn Grad bei zehn Minuten und die nächste Gruppe macht drei Grad bei drei Minuten und dann gucke ich mal, das gibt es nicht bisher, also gibt es nicht und das wäre natürlich toll, wenn es das geben würde, weil dann könnte man sagen, ja und für die Regeneration ist das besonders gut und dann messe ich auch genau die gleichen Parameter nochmal fürs Immunsystem, also wo werden eigentlich meine weißen Blutkörperchen besonders aktiviert oder wo habe ich die höchste Neuadrenalinausschüttung und da könnte man so viel machen, aber es würde unglaublich viel Geld kosten, unglaublich viel Zeit kosten und naja, also an so einem Eisbad verdient halt niemand. Genau, mir lag gerade schon auf der Zunge, da ist keine Pharmafirma daran interessiert, das zu sponsern, genau. Okay. Nicht so richtig. Alles klar, aber so nach deiner Erfahrung beziehungsweise der Erfahrung mit dir und deinen Schülern, also welche Temperaturen beziehungsweise, also ich denke draußen in der Natur ist einfach gerade was die Psyche und das Mentale betrifft, ist einfach noch also nicht vergleichbar mit irgendwie in der Badewanne oder sowas und temperaturmäßig. Also draußen hat man halt immer für die mentalen Effekte noch diesen Blue Zone oder Green Zone Effekt, also auch das ist unglaublich gut für die Stressregulation und um runterzufahren. Und dann sage ich aber, ja, aber auch wir haben gerade in unserem Hinterhof, also wir haben gar keinen eigenen Garten, haben einfach im Hinterhof einen kleinen Pool aufgestellt, weil es klar ist, es ist ein szenischer Ausblick, alten Panorama, Bergsee ist natürlich ganz toll, aber wer hat es schon, ja, wer hat es schon im Alltag, also für irgendwie 300 Tage oder so, die wenigsten von uns, ja, das haben irgendwie Urlaub ist. Von daher ist Regelmäßigkeit ist ja ganz wichtig. Also wenn ich einmal im Monat ein Eisbad nehme oder einmal im Monat einen Salat esse, hat wahrscheinlich die gleiche gesundheitliche Auswirkung, also es ist gut, ist ein guter Anfang, aber ist nicht das, was jetzt den Durchbruch liefert, ja, in die Veränderung Richtung gesund. Das heißt, zu Hause, also auf dem Balkon so einen kleinen Faltpol aufstellen, Hinterhof, einen Faltpol aufstellen und dann einfach die Temperatur nehmen, die da ist, weil Menschen sind auch bequem, aber ich schließe mich damit ein. Wir fangen halt nicht an, jeden Tag, jeden Morgen Eiswürfel irgendwo aus einem Discounter zu kaufen und herzuschleppen, die da reinzutun und das wäre auch aus den Umweltgründen auch nicht ganz so förderlich, sondern wir nehmen halt die Temperatur, die da ist und ich kann sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, auch jede Temperatur unter 15 Grad, die macht schon wirklich was und wer das nicht glaubt, einfach mal ausprobieren, 15 Grad können sich ganz schön kalt anfühlen und die hat man relativ schnell, also auch schon relativ schnell im Herbst sozusagen oder im Spätsommer sogar und die bleiben auch noch relativ lange bis rein in den Frühling, gerade wenn man nur so einen kleinen Pool hat, der relativ schnell durchkühlt in der Nacht. Ja, und dann nochmal zum Vergleich, also Hinterhof, Bergpanorama, also letztendlich geht es ja auch darum, zu sich selbst zu finden und wenn man da in der Kälte sitzt, dann, wie gesagt, kann man das ja auch ausblenden und es geht ja darum, ja, wie gesagt, zu sich selbst zu finden und da ist es dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, ne? Also du hätte ich jetzt einen, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, aber ich habe doch ein Bergpanorama direkt 365 Tage vor meiner Tür und im Kaltensee, dann ja, hey, super, mach das auf jeden Fall, besser geht es nicht. Aber wenn du sagst, ja, okay, ich lebe in der Stadt in Berlin, München, Frankfurt, ich komme da gar nicht ran an sowas, dann sage ich, das ist immer noch, das bringt so, so viel. Also auch dieses kleine Bad oder die kalte Dusche oder dieser kleine Pool auf dem Balkon im Hinterhof bringt so, so viel und da schätzt nicht die Macht der Routine und Gewohnheit wirklich jeden, ja, weiß ich nicht, zweimal die Woche jeden Morgen in dieses Eisbad reinzugehen und das zu machen, auch wenn ihr nicht diesen tollen Blick habt, auch wenn vielleicht ihr den Verkehr hört im Hintergrund, euer Körper, der schüttet noradrenalin aus und ihr habt genau diese Effekte, die ich gesagt habe, die Entzündungshemmung, die Stimmungsaufwendung, ihr seid wach, das braune Fettgewebe wird aktiviert, der Stoffwechsel fährt hoch, ihr habt dieses Gefäßtraining, also, dass sich die Gefäße zusammenziehen und dann wieder weit machen, also ein Herz-Kreislauf-Training, ihr stärkt das Immunsystem und das tut ihr auch ohne Bergpanorama. Okay, super. Also viele positive, schöne Effekte für die Gesundheit. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte zum Wiederaufwärmen, da hast du ja auch in deinem Buch was zugeschrieben, also wenn man jetzt aus dem See raussteigt, was passiert dann? Genau, man merkt natürlich die Kälte und oft merkt man die Kälte im Wasser gar nicht so sehr wie danach. Es gibt so ein Phänomen, das nennt sich der Afterdrop, das heißt, die Temperatur droppt, nachdem man das Eisbad genommen hat, manchmal so eine halbe, dreiviertel Stunde später und dann fängt man so an, es ist so ein bisschen kalt. Man kann auf den Afterdrop Einfluss nehmen, indem man wirklich konsequent sagt, ich mache nur kurze Eisbäder, also nicht mehr als zwei Minuten, dann wird man merken, ist dieser Effekt wesentlich milder beziehungsweise gar nicht da. Wenn man das mal hat und merkt, jetzt ist mir richtig kalt und dann bitte nicht in die Sauna gehen, bitte nicht in den Wirrpool gehen, bitte nicht die warme Dusche nehmen, weil dann öffnen die Blutgefäße wieder und das ganze kalte Blut aus der Hautoberfläche oder Fingerspitzen, Händen, Arm geht relativ schnell wieder Richtung Körpermitte und das kann zu Kreislaufproblemen führen und auch dazu führen, dass man schwindelig wird oder ohnmächtig oder im schlimmsten Fall sogar zum Kreislaufkollaps. Das heißt, wie werde ich wieder warm, wie mache ich das richtig? Statische Halteübungen sind ganz gut, also sowas wie langsame Kniebeugen oder halt in den Wim Hofkreisen der Horse-Stance, also nicht Horst tanzt, sondern der Horse-Stance, der Pferde stand, einfach mal googeln und das hilft, also wenn die Oberschenkel richtig aktiviert, der Po und Muskeln produzieren ganz, ganz viel Wärme, wenn die Kraft brauchen, um zu stehen und einen in dieser Position zu halten oder so langsame Kniebeugen, so ganz langsam runter, ganz langsam hoch. Da arbeitet alles, davon wird man warm und das ist meine Empfehlung, also bitte kein Alkohol danach trinken, um warm zu werden, auch bitte nicht in die Sauna gehen. Und einen heißen Tee aus der Thermoskanne? Das ist gut, ja. Der wäre okay. Na klar, man kann sogar, das ist sogar die Empfehlung der Lebensrettung sozusagen in dem Bereich, also Kälte, Unterkühlung ist die Empfehlung ein warmes Getränk mit Kalorien drin, also mit Zucker, also was leicht zugänglichem, also Honig oder Zucker oder ein Verkaut zum Beispiel mit, das steckt auch Energie drin und das kann der Körper, nimmt der Körper dann sehr gut an und hilft ihm auch beim Warmen werden, weil dafür braucht der Körper Energie in Form von Kalorien, ja. Okay, ja, spannendes Thema, also ich habe für mich auf jeden Fall jetzt eine Motivation entwickelt, mich mal in die Richtung, ich lasse mir ein bisschen Zeit, ich werde mal versuchen, spätestens in einem Jahr werde ich mal im eiskalten Wasser sitzen oder mich bewegen, aber ich werde jetzt erstmal mit Duschen anfangen und mich da langsam rantasten, wie du ja auch empfohlen hast und vielleicht magst du nochmal ein kleines Abschlussplädoyer geben, warum du sozusagen den Zuschauern empfiehlst, unbedingt mal sich mit Kälte beziehungsweise Eisbädern, Kaltduschen und so weiter auseinanderzusetzen. Genau, gerne. Also ich habe ja schon viele positive Gründe genannt, also körperliche Effekte von besserer Abwehrkräfte, Entzündungssenkung und aber auch, dass es ein Herz-Kreislauf-Training ist und wenn man ich finde es was, aber das habe ich auf dem Biohacking Badjürheim-Kongress auch gesagt, wenn man sich, wenn man mal ganz rational ist und ganz rational einen Grund braucht, dann muss man sich einfach angucken in Deutschland Amt für Statistik ergoogeln, was ist denn die, was sind die Haupttodesursachen in unserer Zivilisationsgesellschaft in Deutschland, dann würde man drauf kommen ungefähr 20 Prozent der Todesfälle sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen zuzuschreiben und wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ich will wirklich was für meine Gesundheit und Langlebigkeit tun, dann kommt man an einem Herz-Kreislauf-Training nicht vorbei. Das kann natürlich, Sport, gesunde Ernährung, klar, alles wichtig, aber Eisbaden beziehungsweise auch wenn jetzt jemand sagt, ich habe das nicht, Eisbaden, auch Sauna und kalte Dusche oder Kantras duschen, also warme Dusche, kalte Dusche ist ein super Herz-Kreislauf-Training, das heißt, wenn ihr im ganzen Podcast noch keinen wirklich guten Grund gefunden habt, dann nehmt euch das vielleicht zu Herzen, die Statistik, die rauen Zahlen, schwarz auf weiß, die sagen, dass eigentlich jeder von uns Herz-Kreislauf-Training machen muss und vielleicht ist das ja doch was für euch und dann langsam anfangen ein bisschen mit einer kalten Dusche früh am Morgen und wenn man es dann spürt, ja, den Effekt von so einer morgendlichen kalten Dusche am besten so das Gesicht auch mitmachen, dann merkt man, dass außer den Zahlen dann noch ganz viel anderes in die Gänge kommt, nämlich das Gefühl und das Merken, was das eigentlich macht und wie gut einem das tut und dann einfach weitermachen. Okay, ja super. Ich habe auch gerade gedacht, vielleicht braucht man dann nicht mehr so viel Tassen Kaffee trinken, sondern ist auch so frisch und hat einen guten Start in den Tag. Auf jeden Fall. Ich kann das gerade an all die Eltern von jungen Kindern sehr empfehlen, wenn man mal keine gute Nacht hat. Es macht einfach auch ohne Kaffee, es bringt keinen Fall so sehr, sehr guten Kaffee. Okay, sehr schön. Ja, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ich muss gestehen, bei mir liegt es schon einige Jahre zurück, dass ich regelmäßig kalt geduscht habe. Also, morgen geht es los. Sehr gut, sehr schön, da freue ich mich. Alles klar. Wieder einen Menschen konvertiert. Sehr schön, Malte. Und wer sozusagen eine gute professionelle Begleitung haben möchte, der kann sich an dich wenden, zumindest wenn er im Umkreis von Berlin wohnt. Genau. Kontaktaufnahme sehr, sehr gerne. Ich bin überall leicht zu finden, also im World Wide Web unter meinem Originalnamen josephineworzek.com, auf Instagram auch josephineworzek, auf Facebook auch josephineworzek. Ihr findet mich überall. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt, wie ihr den Podcast, ob ihr euch gefallen hat und ob der euch motiviert hat. Und wenn ihr irgendwann mal Lust habt auf einen Kurs, eine Reise, meldet euch einfach für den Newsletter an. Dann bekommt ihr vielleicht sechs, sieben Mal im Jahr ein Update, was es so an neuen Sachen gibt. Okay, super. Ja, vielen lieben Dank, Josefine. Und dir viel Spaß beim Eisbauen weiterhin. Das werde ich haben. Dir viel Spaß beim kalten Duschen und beim Anfang. Alles klar. Dankeschön. Ich danke dir. Tschüss.